Was geht ab Leute, Gautry hier und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem Player Review. Diesmal von JoeColeFooties, die Karte kam als SBC, ich habe sie für euch abgeschlossen. Kostenpunkt ca. 320k, ich finde das hält sich in Grenzen. Die Karte sieht wirklich gut aus, 97 Pace, 95 Schießen, 96 Passen, 98 Dribbling und 88 Physis. Die Werte erstmal sehr sehr stabil, 5 Sterne Skill Moves, 4 Sterne Weakfoot und da haben wir die erste Problematik. Von vornherein würde ich sagen, mittlerweile gibt es so viele Karten, die 5-5 haben. Son, Podolski, Reus, Griezmann, noch unzählige weitere, deswegen ist das dann schon ein bisschen bitter, wenn ein Spieler zu dem Zeitpunkt der Saison nur 4 Sterne Weakfoot hat. Wir gucken uns das Ganze trotzdem an. Er kann insgesamt 4 Positionen spielen, 10er, rechtes Mittelfeld, rechter Flügel, linker Flügel, damit kann man den auf jeden Fall easy einbauen. Die Stats, da schauen wir jetzt genauer drauf. Campstyle habt ihr vielleicht schon gesehen, Hawk ist aus meiner Sicht der sinnigste und das liegt daran, sein Passspiel und sein Dribbling ist nahezu überragend. Da kann man nichts dran verbessern, 98 Vision, 96 Kurzpass, 90 Longpass, das ist nicht perfekt, aber in Ordnung. 97 Curve, damit kann er mit Sicherheit den ein oder anderen Finesse reindrehen. Dribbling, 99 Beweglichkeit, 95 Balance, 99 Ballkontrolle, 99 Dribbling und 94 Ruhe. Das sind schon ziemlich gute Werte. Wenn man dann aber auf die Werte guckt, die wir mit Hawk verbessern, Pace ist nicht perfekt, hat nur 97, was grundsätzlich nicht wenig ist. Der ist Controlled, da ist das auf jeden Fall in Ordnung, kann man aber mit Hawk maximieren und dann seine Schussstats. Also ich finde das Positioning von 90 zu dem Zeitpunkt des Spiels nicht gerade optimal. Sein Finishing ist gut, Shotbauer kriegen wir auch noch was hoch, Longshots und Elfmeter sind nicht ganz so gut, das ist aber nicht so schlimm. Sein Physis, die ist auch nicht überragend, obwohl er ein gutes Jumping hat und auch eine gute Ausdauer, aber er wird eh keine Kopfballduelle gewinnen, denke ich. Stärke ist in Ordnung, nicht überragend, Aggression auch nicht, deswegen macht dieser Chemistry-Style einfach am meisten Sinn. Dann schauen wir uns nochmal die Player-Trades an. Da hat er leider nur den Outside-Foodshot, keinen Finesse, man kann trotzdem mal ein Finesse probieren, einfach weil er diesen hohen Curve-Wert hat. Es wäre besser, wenn er den Finesse-Schuss hätte. Hat er leider nicht, da kann man nichts machen. In das Team haben wir ihn ganz simpel eingebaut, weil er eh auf voller Chemistry ist. Kann man dann ein paar Premier League-Spieler, ein paar Engländer dazu bauen. Ich glaube, das Team sieht aktuell ganz cool aus. Ich habe ihn im 4-3-2-1, beziehungsweise im 4-2-3-1 gespielt, in den beiden Formationen, im 4-3-2-1 vorne drin, damit er möglichst viele Aktionen bekommt. Ich glaube, ich würde ihn eher nicht auf dieser Position spielen. Ich würde ihn im 4-3-2-1, eine sehr beliebte Formation in FIFA 23, im RZM oder als linken rechten Stürmer spielen, wahrscheinlich als rechten Stürmer wie in dem Weakfoot. Und im 4-2-3-1 würde ich ihn definitiv als Zehner spielen. Für Außen aus meiner Sicht physisch zu schwach und zu langsam. Vorne drin passt auch nicht vom Playstyle her. Deswegen auf der Zehner-Position habe ich den gespielt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Gameplay und testen, ist Joe Cole, Footies, die SBC, wirklich 320k wert? Die Glasgow Rangers, Koulibaly, Sokrates, oh, auch ein Cole auf der Gegenseite. Geiles Team, geiles Team mit den Footies. Such direkt mal Cole. Schöne Bewegung, oh, vergib den, wow. Zieh an, Cole, oh, leckere Bewegung. Und ich treffe nicht Grün und trotzdem macht er ihn stark. Steck ihn mal, gut, und lege ihn direkt nach hinten auf Joe. Ich treffe mit dem irgendwie kein Grün, bisher noch nicht das Timing von mir da. Ballrolle Scoop, nochmal Übersteiger, kurze Eck, wieder nicht Grün, trotzdem drin. Steck ihn durch, such nochmal Cole, der dreht sich vorbei. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr beweglich. Argentinien-Wappen, Ter Stegen und wieder eine Menge Footies. Schade, Podolski, ich finde die Podolski-Karte so gut. Ich finde die Podolski-Karte so gut. Und mach ihn, Kilian. Lass dich nicht mehr aufhalten. Und der Gegner geht direkt. Dem Spiel konnte Cole nicht seinen Stempel aufdrücken. Hermes FC. Schauen wir mal, was der gute Mann für ein Team hat. Kobelgold. Brr, 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 und dann Lai Ronaldo. Und Cole suchen. Elastico. Und rein das Ding. Wunderschöne, smoothen Bewegung von dem Mann. Und da wird auch schon die Pause angemeldet. Da wird auch schon die Pause angemeldet. Und er geht. Wir gehen rein ins fünfte Spiel mit Joe Cole gegen Aspirin. Scheint ein Deutscher zu sein. Aber auch wieder echt ein grottenschlechtes Team. Was ist denn da los? Mittlerweile haben doch alle so krasse Teams. Was ist das für ein Team? Sucht Joe. Der zieht nach innen. Und sucht jetzt da oben mit einem Traumpass Mbappé. Mbappé macht ihn. Und wie er ihn macht. Sehr, sehr guter Pall von Joe Cole. Schlechter Querpass. Sehr schlechter. Und such mal Joe. Oh, Joe Cole. Sind die vier Sterne Weakfoot. Und nicht grün. Grün. Boah, trockener Abschluss. Endlich treffe ich mal grün mit dem. Dann knallt er auch rein. Aber irgendwie habe ich Probleme bei der Animation. Das ist wunderschöner Fußball. Nochmal ein Scoop-Turn. Sollte es eigentlich werden. Und dann macht er ihn auch mit einem schwachen Fuß. Ich gewöhne mich so langsam an den Spieler. Kreative. Hacke zu Hacke. Mit links rein ins Glück. Wir gehen rein ins letzte Spiel im Joe Cole Test. Zu Adrila, Quadrila. Das Team sieht diesmal auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Podolski und roter Messi. Gutes Timing. Such nochmal den Joe. Reverse. Oh, und wir kriegen den Abpraller. Wir kriegen den Abpraller. Glückliches Tor. Wir kassieren direkt einen Anstoß-Bug. Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet in der Food Champions Quali. Und der Gegner zelebriert es auch. Poldi ist durch. Poldi macht ihn. Wir liegen hinten. Kapte Vija über außen. Cole legt noch einen quer. Und schon wieder sind wir lucky. Perisic macht ihn. Wir haben hinten aber auch Tag der offenen Tür. Aber komplett offen sein, Junge. Podolski. Was ein Pass von Podolski. Wow, wow, wow. Und dann gute Annahme von Joe Cole. Was für ein Schwachstens-Tor. Was für ein Schwachstens-Tor. Ich ziehe einfach mal munter raus. Okay. Nach meinem Freistoß. Okay, wir leben noch. Das ist krank. Und Joe Cole rettet uns den Arsch mit einem überragenden Übersteiger. Ja, Penn. Joe Cole holt den Penn aus mit dem Hacke zu Hacke. Und jetzt muss er eigentlich auch selber Verantwortung übernehmen. Wir wechseln den Schützen zu Joe Cole. Der hat viel Power. Der wird das Ding ganz trocken oben rechts reinwetzen. Ja, da sind wir doch, Joe Cole. Acht Spiele, 15 Tore, 5 Vorlagen. Das liest sich erstmal ziemlich gut. Dieses letzte Spiel war wirklich wild. Und ich muss sagen, da hat er einen entscheidenden Beitrag daran, dass wir das Spiel gewonnen haben. Hat den Elfer rausgeholt. Hat so noch wichtige Tore gemacht. Ich glaube, den Ausgleich kurz vor Schluss in der 90. auch. Die Karte ist in Ordnung. Ich glaube aber, dass es aktuell, speziell mit diesem Footies-Event, einfach deutlich bessere Karten gibt. Es gibt wesentlich bessere Karten. Ich habe Griesmann, habe ich ein Tutorial drüber gemacht. Da haben wir einen Vergleich. Der ist viel besser. Jetzt kann man sagen, okay, der kostet 300k. Und das als SBC-Footies. Griesmann kostet 1,2 Millionen. Kann ich verstehen. Aber auch Podolski. Podolski, Lukas Podolski. Der lässt man jetzt nicht auf der gleichen Position spielen. Aber Lukas Podolski ist auch deutlich besser. Den feiere ich übelst. Also Joe Cole hat seinen Job gemacht. Der hat viele Tore geschossen. Es war aber auch nur in Anführungszeichen Weekend-Equally. Deswegen, da erwarte ich von meinem Stürmer, dass der viele Tore macht. Die Karte ist in Ordnung. Die würde von mir aber maximal eine 7 von 10 bekommen. Nicht mehr, weil da fehlt einfach einiges. Der vergibt sehr viel mit dem linken Fuß, finde ich. Ich persönlich habe unglaublich selten mit dem grün getroffen. Ich weiß nicht, ob das an der Animation liegt. Ob ich einfach was öfters spielen müsste. Aber ich habe sehr oft Rot oder Geld mit dem getroffen. Deswegen, Joe Cole, keine überragende Karte. Eine solide Karte, eine 7 von 10. Es gibt bessere Alternativen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst leeren Like nach oben da. Und den Kommentar ins Video, wen ich als nächstes bewerten soll. Wir sehen uns. Haut rein.